ha ja meine schneller junge was machst du denn ist jetzt hier hin und her werden Oh, du Fag. Gleich hau ich ab. Du kannst deine Bauern bewegen. Ich kann nur meinen König bewegen. Ja, die rufen mich weiter an. Deswegen sollst du dich beeilen. Jetzt hau rein. Stell ihn... Toll. Ich meinte nicht Bauern opfern, sondern ich meinte Bauern bewegen. Ja, so ungefähr. Jetzt komm, schneller weiter. Schneller. Oh, bewegt doch einfach den Bauern. Und ich werde direkt nochmal angerufen. Ich rufe mich jetzt so lange an, bis ich annehme. Oder Skype ausschalte. Boah, das gibt's doch nicht. Willst du, dass es unentschieden endet? Erst klickst du mich zweimal aus. Und dann killst du mal alle meine Einheiten. Und jetzt stellst du dich so extrem dumm an. Und opferst alle deine Figuren. Das kann's ja wohl nicht sein. Ja, hier bleib ich jetzt stehen. Ich wachse hier jetzt fest. Hier finde ich's gemütlich. Hier stelle ich meinen Thron auf. Ich stelle eine Flagge daneben. Die Reichsflagge des Weißen Königs. Oh, du machst Schach. Und ob was deinen letzten Bauern... Ah, okay. Was wird das jetzt? Rennen wir drei Stunden hier rum bis zum Unentschieden? Ja, schön. Meinetwegen können wir unentschieden machen und noch eine Sonde machen. Ja, so wird das kein Schach. Der kann es drei Tage rumrennen. Ja. Ich glaub, das Video will sich auch keiner reinziehen, wie du mich eine Stunde mit der Dame verfolgst. Das will ja nicht mal ich selbst mir angucken. Ja, so kannst du keinen Schach machen. Hm, ich was? Spricht dich aus. Ah, ich versteh schon. Ja, komm her. Trau dich hierhin, Kleiner. Also, was sagst du? Machen wir noch eine Runde. Ja, was dann? Dann musst du mich jetzt matt machen. Ich kann dich nicht matt machen. Nicht mit nur einem König. Ja. Dann müssen wir noch eine Runde machen. Die hast du jetzt nicht gewonnen. Solange du mich nicht matt setzt. Mit der Dame. Allein ist das auch unmöglich. Wenn mir jedes Mal noch ein Schritt bleiben wird. Also, das ist ja rahmen. Du kannst doch aufgeben, das wäre die Alternative zu Unentschieden. Wenig Speicherplatz, gleich ist wieder voll. Noch eine Runde. Okay. Ja, dann, äh... Warte mal, ähm, ich beende jetzt, dann mache ich das Video noch weiter. Ich habe jetzt auf Unentschieden geklickt. Dann klick du mal auf Unentschieden, sodass es ein offizielles Unentschieden ist. Ah, okay, das Spiel ist unentschieden. So, dann warte mal. So, dann geht der Jerry.